Alternatives Level freigeschaltet. Sehr schön. Oh, ich glaube, unseren Boss hat unser Blümchen. Unser Masupilinchen. Mit ihm machen wir jetzt das Bonus-Level. Dann bekommt jeder praktisch gesehen einen Boss. Hm. Finde ich schön. Das ist ja auch ein... Oh, ja. Oh, schön. Oh, 86 jetzt schon. Hup. Ich will da jetzt nicht drauf springen. Autsch, da habe ich einen abgekriegt. Egal. Hahaha, wie aufgepasst, ne? Aufgepasst. Hat der Junge mal aufgepasst. Oh. Verdammt, der Oxt. Egal. Ab da unten rein. Oh, perfekt. Zack. Oh, da links ist auch noch was. Ja, also da würde ich jetzt schon ganz gerne alles einmal mitnehmen. Bäh. Zack. Und runter. Perfekt. 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 Nein. ja ein leben verlor legal ja ich könnte es jetzt alles wieder einsam machen das jetzt geschmeidig machen wir das so wir haben zeit ist aber langsamer gut nein da unten egal dann gehen wir einfach hier und ich muss diese fehler haben das ist wie eine sucht mit den federn man lernt ja auch nicht aus na egal dann haben wir halt mal ein level wobei man nicht alle federn haben die bonusrunde mit dem ticket um gottes noch mal Kann doch nicht so schwer sein. Sieht aus wie ein Controller. Ah, hat er nicht gemacht. Ich verliere aber kein Herz dadurch, dass es gut ist. Beep, beep. Selbst wenn wir dieses Ticket jetzt na, goddammit. Egal, dann lassen wir es. Es gibt immer noch eine andere Sache. Erstmal um uns das Leben, äh, das Herz. Ich sag mal, das Spiel ist fordernd. Es ist fordernd. Nicht schwer, aber fordernd. Ah, das kann ich's nicht beschreiben. Okay, da hab ich jetzt gepennt. Oh Gott sei Dank. Ja, da möchte ich nach ganz oben. Okay, geht nicht. Alles klar. Wusste ihn nicht. Ja, das brauche ich. Egal, einen abgekriegt. Egal. Ich will aber das da. Wer weiß, wo es hingeht. Oh, Sesh. Haben wir immerhin Leben dazu bekommen, falls ich jetzt doch noch einen auf der Mütze kriege. Oh. Nee, warten, warten. Jetzt. Und rüber. Gottes Willen ist das hier. Nein, komm. Oh, Mann. Geise. Ich wette, da oben war Ich denke mal, da oben war die letzte Feder. Hier haben wir einige liegen lassen. Aber egal. Oh, eine Mitte haben wir eine liegen lassen. Alles klar. Egal. So, Standard-Mazupilami. Auf zur Rettung. Abenteuer. Dann sind wir eigentlich schon beim Boss. Für die nächste Welt. Wenn man so an die Dschungelwelt war. Na gut, wir haben zwischendurch auch die Modelle mal angeguckt und sowas. Da hat man ja auch nicht vergessen. Oh, Dreschhof-Feder. Und. Was war das, ey? Oh, eins. Nein, was? Ah, ich hätte da oben gehen können. Nein. So. Wollte der mir gerade eine geben? Wollte der mir gerade eine geben? Wollte der mir gerade eine geben? Ja. Hm. War sogar besser. Ich glaube, jetzt wäre sogar der obere die bessere Wahl. Oder auch nicht. Alles klar. So, haben wir. Ach ja. Ich vergesse das immer. Können wir aber auch nicht. Können wir nicht wegboxen. Okay, da sollten wir nicht wegboxen. Okay. Hoppala. Rumpa-Lumpa-Juppala. Hoppalinchen. Ne, ich wollte nicht zurück. Genau da wollte ich hin. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Sehr schön. Mir gefällt einfach das Gesamtspiel. Ah, nee. Haben wir es. Sehr schön. Und zack. Ne, ich geh lieber da ein. Jawohl, Feder. Das ist ja eine ziemlich blöde Frage, wo ich hin möchte. Ne. Meine Güte. Aha. Aha. Nein. In den Tod gesprungen. Nur noch 90 Leben. Ach, nur jetzt ist das Ding nicht mehr da. Ich dachte, das taucht dann auch wieder auf. Oh, ihr seid aber. Knappe Kiste. Quack. Tschüss. Okay. Tricky, tricky. Und hoch. Feder. Perfekt. I've got this Feder. Denn ich brauche sie. Warum? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Oh, umbelang. Oh. Der hatte ja überall Spawns. Kau mal. Nein. Nein. Das kann ich da wieder nicht so hoch. Mann, das ist doof. Ich hab nur noch einen. Ah ja, ich hab nur noch. Und da oben, glaube ich. So. Ja, ich brauch die Feder. Alter, voll. Ey, ich werd ja aus dem Dschungel rausgeschossen. Ach ja. Irgendwie auf 92 Leben, also. Kann man nichts gegen sagen. Über den Wolken. Ja, so ist das Leben. Jetzt kommen wir feierlich zu The End Bus. Mit Hubine. Entschuldigung, ich muss kurz aufstehen. Ich bitte filmen Sie mal, entschuldigung. Ich weiß nicht, warum. Aber das Spiel hat es mir einfach angetan. Ich. Ja, mach den mal. Hat der mich gerade ausgelacht? Ah, egal. Der lacht nicht aus. Ja, hast du die wohl so ge... Scheiße. Mein Fehler. Mann, nicht schon wieder. Ach, sonst haben wir denselben Fehler gemacht. Bapp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020